So, jetzt besser? So, auf Maximum. Nee, no not. Noch nicht. Mach ruhig auf Maximum. Okay. Jetzt so auf Maximum. Da hört man keinen Unterschied. Gar nichts? Nee. Okay, so. Hallo? So, muss jetzt lauter sein. Ja, das ist überzeugend ein bisschen lauter, ja. Okay. Na, wie gesagt, ich nehme ja eine eigene Audiospur auf. Das hat ja mit DxTory nicht so wirklich funktioniert. Das hat ja das mal zu Problemen geführt. Aber meine eine Testaufnahme mit zwei Stunden, die hat wunderbar funktioniert. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich übernehme das jetzt hier mal. Wir machen auch sicherheitshalber nur eine Stunde oder so. Wie lange haben wir denn jetzt schon? Oh, 16 Minuten, erste Folge ist schon rum. Siehste mal, wir haben hier nichts gemacht, außer hier wieder Steine platziert. So ist Minecraft. Wie die Zeit rum geht, ey, wie die Zeit rum geht. Ich wünschte ich hätte hier so ein Bild das worden oder sowas. Ja, der war richtig. Was? Du musst du denn die ganzen Zombie bieten. Das verstehe ich gar nicht. Keine Achtung, wir töten die jetzt. Äh, keine Achtung. Keine Ahnung, wir töten die jetzt gleich. Wenn ich da bin, dann fick ich die alle. Aber irgendwie hat Minecraft so komische Wuckler drin. Nein, das gefällt mir jetzt nicht so. Ey! Bei mir läuft's? Ja, okay. Ich glaub ihr was muss man's. Ich schreit jetzt mal eine Katze draußen rum. Böse Katzen. Na, was ist denn das? Warum sind da Löcher in der Wand? Ey, ich krieg gleich hier einen richtigen Zigeuner aus, Raster. Ich schreie aber alles um den Rand, hier du. Schon wieder ein Loch. Schon wieder! Man sieht genau, wo Marcel das Ding gemacht hat und wo ich das gemacht hab. Ich hab' aber nötiger Quarz. Egal! Ich hab' die überbaut, schon! Na ja schaust! Da gibt es weitaus Schlimmeres! ja ja was tut der Zombie-Pigmen da oben? was ist eigentlich so? der regt mich auf mit seinem Zombie-Pigmen jetzt wir sind da Zombie-Pigmen ja ich geh gleich mal über Lalalalalala oh Gott ey das ist so bescheuert ey was Steine platzieren? Steine, jetzt hab ich keine Lust mehr das sind, warum sind da Löcher in der Wand? bei meiner Seite war nicht ein Loch in der Wand bei Marcel´s Seite Löcher überall Löcher in der Wand Mensch Nardo das ist aber jetzt nicht so doll Marcel wenn du das siehst was war da los? so ich würde sagen den Gang hier machen wir fertig und dann schauen wir mal vielleicht tun wir mal ein paar Pilzkühe von der von der Insel entführen oh äh ich würde ihn ein besseres Leben einladen wie Knechtung und äh Schändung genau es dauert mir zu lang da muss der Drillmon raus da muss der Drillmon raus und so hat alles Schienen kaputt gemacht echt gut g g w los rosten schon wieder keine Ahnung Lava ist runter habe ich ja Satz Schienen dabei? hehehehe nein natürlich nicht was facken facken habe ich dabei ne? ja aber ich leuchte eh gleich oben close down aus ah ok warte mal ich nehme mal Dinge in die andere Hand wie ein netherrack für den Fall das wieder Lava kommt dass ich gleich zustopfen kann so lang einfach man es ist so unfair du musst zwar rein gleichzeitig wie nur Arne da kann der kann nicht so fällig aber deswegen mache ich ja auch zwei rein gleichzeitig weil du es nicht kannst sonst werde ich ja ewig doch gut gut schön schön sieht gut aus sieht gut aus dann muss ich jetzt bloß mal unten wieder gucken na hier die Decke die müssen wir noch machen hier unten nicht rumschieben genau und ich muss nochmal hier die Abstände 1,2,3,4 alle vier also 1,2,3,4 genau hier in der Mitte wieso habe ich jetzt so viel netherrack ey die mache ich mit dem scheiß ok die Musik hier kann ich gerade nicht ertragen die möchte ich nicht ähm Glowstone F nice 1,2,3,4 nein jetzt ist das Ding weg egal 1,2,3,4 so aha aha was fehler ich brauch die silke und die silke muss jetzt zur hand gehen genau da muss dann weiß er hin hier 1 2 3 4 abstand dann auf dem fünften 1 2 3 4 wir haben fast keine weißen staune verbraucht man ziemlich schnell die teile 1 2 3 4 1 2 3 4 Prozent Bauer zu holen die Urheidsorten er wurde nicht in als alles war ganz im Ernst ich bin nur nicht holen 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ja, siehste, überall falsch. Ach, Mensch, Kevin. Nicht auf dem vierten, auf dem fünften. Was ist denn los mit mir, ey? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ey, bau dir mal erst den Starner wieder hin. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich wünschte jetzt die Dicken nicht gemacht, auch da hinten 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Boah, ist das eine lästige Scheißarbeit hier. Bis ganz da hinten, oh Gott. Ich glaube, wir machen gleich noch was anderes. Wir haben jetzt eine halbe Stunde, ja, wir machen gleich noch was anderes. Ja, ja, ja. Ha, verbaut. 1, 2, 3, 4. Starner. Loch. Ich hab nur welche. Gib mir das wieder. Wieder. Ist noch was im Synchro-Pack drinnen. Hä? Ne, doch nicht. Warte. Da muss ich die umlagern. Da muss ich die erst ins Inventar tun und dann zu dir rüber stecken. So. Die Maus ist auch bald wieder leer. Wenn ich gleich einen steifen Nacken hab, wisst ihr Bescheid. So, was kann man so erzählen, Oliver? Erzähl mal. Schöne Geschichte. Auch gar nicht so. 1, 2, 3, 4, 5. Nö. 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 So geht's. Mann, ey. Mann, ey. Mann, das noch nicht abzählen müsste, wenn ich das irgendwie anders machen könnte. Ah, shit. Nö. Oh, jetzt wieder abbauen, die Reihe. Passt die Reihe nicht? Nein. Hab nicht verbaut. Am Anfang. Warte mal, ich mach das mal so. So, die kann ja. Weiß, rot, weiß, rot. Weiß. Das wär dann rot. Das abbauen dauert länger, wie es sich baut. Immer so. Aber wenigstens so wird, so brauchen wir jetzt bis 700. 1, 2, 3, 4. So. Super. Genau, da muss ich das nicht immer abzählen, dann geht das viel schneller und ich bin effektiver, weil ich das auch noch gleich mit dem Zoom mache. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Glowstone. 5, oder? Was? Was? Was nicht vorher? 5 gesagt? Ja, 4 Abstand und dann 5. Ja, passt schon. Passt schon. Ab. chimischus... Also. 1, 2, 3, 4. Glowstone. 1, 2, 3, 4. Glowstone. . rot-weiß, 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 ja, gut, das funktioniert so, das kann man so machen. So, der Gaun ist gleich fertig. Ja, dann würde ich sagen, wir haben noch was anderes, fangen wir mal rüber zur Ding, zur... Okay, Mobfarm. Du hast das auch. Oder wohin? Ich wollte zur Ding eigentlich mal rüber zu der, zu der einen Insel. Ah, Pilzkühe. Zu der, sag mal, zu dieser, wo die Kühe da sind, diese Pilzkühe. Ja. Ja, genau, da wollte ich mal hinfallen. Okay.